Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, euer Tastenhauer meldete sich zurück mit Field of Glory Empires und unserer Germanen-Fraktion der Cherusker. Ganz kurz vorab, ich werde in dieser Folge die letzten Minuten mal dazu nutzen, auf eine Ausgabe von Geo-Epoche mal etwas näher einzugehen über die Germanen und euch da ein bisschen zu informieren, was da so drin steht und wie man damit so umgehen kann, vielleicht sogar sollte. Aber das kommt dann, wie gesagt, Verzeihung, am Ende des Videos. So, wir sind mit den Cheruskern ja in den letzten Folgen, haben uns jetzt nicht mehr weiter ausgedehnt mit ihnen, weil wir natürlich hier die Mechanik mit Fortschritt und Dekadenz hier immer noch ein negatives Verhältnis haben. Wir gleichen das aber demnächst aus, weil wir mehr Kultur produzieren momentan als Dekadenz. Und das ist auch ganz gut, dass wir jetzt nicht noch weitere Provinzen hier erobern in nächster Zeit. Das muss noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. So, Notfalleinberufung könnten wir machen, aber können wir eh noch nicht aktivieren. Okay, und was ist hier? Das Hirtenhaus ist abgeschlossen. Ja, Hirtenhaus und Bauen, das ist das nächste Thema. Wir haben bereits ein Hirtenhaus hier, das seine Handelsreichweite bis hier unten nach Herkunia erstreckt und auch bis hier oben nach Adrana. Eigentlich bräuchten wir dann, wenn es um die Produktion von Wolle geht, kein weiteres Hirtenhaus. Da möchte ich gerne noch ein bisschen optimieren. Also es bringt uns natürlich fünf Nahrung, kostet aber auch eine Infrastruktur Unterhalt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Nahrung hier produzieren wir jetzt nicht noch zusätzlich. Wir gehen jetzt direkt hier mal auf die Infrastruktur und ja, öffentliche Arbeiten hier ist auf jeden Fall eine ganz sinnvolle Sache eben für die Infrastrukturproduktion. So, dass wir hier ein Hirtenhaus haben, ist somit eigentlich nicht ganz so sinnvoll. Wir haben es aber gebaut. Wir lassen das erstmal stehen. Es blockiert ja auch einen von den drei Gebäudeplätzen. Ich würde vorschlagen, wir produzieren oder wir bauen in Milibokus hier eine Viehfarm. Wir sehen ja schon hier zusätzlich mit den Viehställen gibt uns das nachher mehr Infrastruktur und Nahrung. Kostet natürlich auch ein bisschen Geld, aber auch deswegen, weil wir hier kein Vieh haben. Das würde, glaube ich, kein Geld kosten, wenn wir Vieh schon hätten. Und Vieh, das bekommen wir natürlich von der Viehfarm. Aber dementsprechend wäre das hier eine schöne Kombination, die uns hier etwas bringen würde. Und deswegen möchte ich hier lieber eine Viehfarm bauen und irgendwann reißen wir das Hirtenhaus dann einfach ab. Das ist so der Plan. Hier unten ist dann der Radmacher noch im Bau, der das Sägeholz benutzt. Das ist auch ziemlich ideal für die Provinz. Und hier in Beronia haben wir eigentlich auch das Hirtenhaus im Bau. Und auch da weiß ich nicht, ob ich das unbedingt will, weil das eben doppelt gemoppelt quasi ist und wir das ja schon hier importieren können. Das macht also hier relativ wenig Sinn, wenn man so will. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier? Mischen wir das Ganze nochmal durch? Holen wir uns einen Kräuterkundler? Bauen wir hier sowas wie einen Handelsposten und einen Köhler noch hin? Ich muss gerade mal gucken. Einen Köhler hatten wir hier oben gebaut, reißen den aber wieder ab. Genau, weil der hier nicht so sonderlich toll platziert war. Und sonst haben wir gar keinen Köhler bisher. Das heißt, es würde tatsächlich irgendwie schon... Ne, wo war ich denn jetzt? Hier in Beronia. Es würde schon irgendwie Sinn machen, so einen Köhler zu bauen. Gibt uns Infrastruktur und Geld. Das kann natürlich irgendwie nicht schädlich sein. Und wir können das Sägeholz ja hier auch direkt importieren aus Lodezia und Mosella. Warum denn nicht Herr Künia, wo es schon ist? Hä? Das liegt doch direkt daneben. Warum importiert er das dann nicht von selber? Ach so, kann importiert werden aus Herr Künia. Okay. Und das, was er produziert, genau, die Kohle, die kann importiert werden aus Mosella und Lodezia. Aber wir wollen natürlich irgendwie ein bisschen unabhängiger werden. Von daher macht das durchaus Sinn. Was wir auch machen könnten, ist uns aber noch mehr um die Nahrung zu kümmern. Damit wir hier in der Provinz auch mehr Wachstum haben. Ich glaube, das ist wirklich wichtiger. Dafür würden wir dann aber eher die Gebäudevorschläge mischen müssen. Also, ja, ich glaube, der Köhler ist jetzt noch nicht ganz so wichtig, weil, wie gesagt, Kohle haben wir auch um uns herum. Wir haben einiges hier oben in Rura, wir haben es hier in Sala und auch hier in Mosella. Hier steht es ja auch, wenn wir beim Köhler gehen, Mosella, Lodezia zum Beispiel. Also, wir haben genug Kohle um uns herum. Wir brauchen nicht unbedingt den Köhler. Da würde ich sagen, mischen wir doch mal die Gebäudevorschläge, dass wir auf ein anderes Nahrungsgebäude hier kommen. Wir haben ja hier unten zum Beispiel eine Jägerhütte. Die lässt sich zum Beispiel sehr gut kombinieren, weil sie ja auch mit den Bogenschützen in Zusammenhang steht. mit einem Bogner, den wir hier in dem roten Feld quasi bekommen können. Also, da können wir auch ein bisschen die gegenseitigen Wirkungen noch boosten. Dann mischen wir das hier durch. Hier ist jetzt der Vieh. Die Viehstelle sind jetzt hier oder die Viehfarm ist in Produktion. Das ist auch okay. Ja, und ich denke, wir produzieren dann hier mehr Infrastruktur, dass das etwas schneller geht. Acht Runden ist auch schon relativ viel. Nahrung bleibt gleich. Hier dauert das 14 Runden. Das ist auch sehr lang. Ein bisschen Kultur. Hier unten haben wir, ja, Nahrung. Ich weiß gar nicht. Ach so, aber die Sklaven bringen uns hier unten wenig Kultur. Andererseits, zwei Punkte Kultur sind zwei Punkte Kultur. Und wir brauchen gar nicht mehr Nahrung. Wir kriegen ja hier sowieso schon plus drei dauerhaft rein. Also würde ich sagen, gestüht in drei Runden fertig, dass wir hier auch mit dem Sklaven auf Kultur gehen. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Das boostet ja hier auch zumindest ein wenig unseren historischen Kulturwert und loyalitätsgewichtete Kulturproduktion. Von daher ist das gut. Ja, ich denke auch, die Kulturproduktion, die hier eh schon so hoch ist, die wird effektiver. Ich glaube, so funktioniert das, wenn wir die Loyalität erhöhen. Ja, dazu brauchen wir dann irgendwie Gebäude, die das entsprechend forcieren würden. Ich bin mir gar nicht so sicher. Hier ist eine Dekadenzsteigerung drin. Das ist zum Beispiel nicht so schön. Ich weiß gar nicht. Spielt Gesundheit eine Rolle? Durch Wohlstand. Elf. Was war denn jetzt mit Wohlstand nochmal genau drin? War Wohlstand hier die Produktion von Geld? Wie viel ist das? Elf. Ist hier in den Elfwert drin? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, was das genau meint. Wohlstand. Regionale Grundloyalität. Bevölkerung zieht 38 ab, weil wir hier sehr viele Sklaven unter anderem auch haben. Und die Loyalität insgesamt ergibt dann 73. Das ist mir schon klar. Dekadenz ist auch klar. Hm. Und es ist die Hauptstadt und ein Ziel von uns. Naja. Okay, schauen wir mal. So, Einheitenwarteschlange ist leer. Handelsdetails. Diplomatie. Das wird jetzt das nächste sein, was wir uns angucken. Ich glaube, wir haben nämlich sonst alles. Hier wird auch durchgeschaffelt. Ähm. Hier wäre nämlich ganz gut, wenn wir hier auch irgendwie einen Bogner machen könnten. Ähm. Mauerwerk aus Stein. Ja. Das ist jetzt nett. Aber irgendwie. Ja. Ist alles gar nicht so leicht. Ein Flachsfeld. Könnten wir hier auch bauen. Das produziert dann Flachs. Ähm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wofür brauchten wir denn? Ach so. Ah. Hier steht auch drin. Äh. Günstiges Agrargebäude beschränkt auf Ebenen. Flachs wird seit Anbeginn der Zeit sowohl für Nahrung als auch für Kleidung verwendet und ermöglicht es der Weberei und seiner Modernisierung der Spinnerei eine anständige Menge an zusätzlichem Geld zu generieren. Also wenn ich eine Weberei oder Spinnerei habe in der Nähe, dann kann ich mit dem Flachs natürlich das unterstützen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Weberei und. Ähm. Bim. 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 Energieeffekte Bezug nehmen kann. Von daher macht das schon Sinn. So, ich wollte mit euch aber eigentlich nochmal Diplomatie gucken und zwar ist mir aufgefallen, offscreen, als ich die Folge hier vorbereitet habe, dass wir wirklich eine hohe Allianzwahrscheinlichkeit mit den Rätern haben. Die sind nämlich im Krieg mit den Helvetian und die schneiden gar nicht so gut ab, haben nur noch ihre drei Provinzen hier und eine Allianz mit denen. Das könnte, glaube ich, gut werden. Klientelstaat gäbe es auch sogar schon 13% Zustimmungswahrscheinlichkeit, dass sie quasi zu unserem Vasallen werden. Aber ich würde sagen, wir probieren es mal mit einer Allianz. Das ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit versehen, das probieren wir mal. So, und das ist auch alles, was wir diplomatisch machen können. Das habe ich vorher abgecheckt. Mehr geht da momentan nicht. Ich würde sagen, dann können wir die Runde wieder beenden. Es gibt jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. Und dann schauen wir mal. Oh, die Markumannen haben ein freies Gebiet erobert. Die versuchen sich gleich wieder auszubreiten. Mit denen haben wir noch ein Hühnchen zu rupfen, da wir ja auch das Ziel bei denen liegen haben. So, wir sind einen Rang aufgestiegen. Wir haben immer noch die eine Fortschrittsmarke. Ihr seht schon, wir sind hier ziemlich weit oben in der untersten Stufe drin. Vielleicht schaffen wir es auch demnächst in diese zweite Stufe aufzusteigen. Wenn denn das möglich ist, bin mir da nicht ganz sicher. Und auf Platz 7 mit der Vermächtniswertung. Das ist auch ziemlich gut. Okay, entwickle Infrastruktur und produziere mehr oder erhalte sofort zusätzliche Infrastrukturpunkte. Eine neue Entscheidung ist verfügbar. Entwickle Infrastrukturen. Bauarbeiten in deiner Nation sollten beschleunigt werden, egal was es kostet. Läuft in zwölf Runden ab. Also wir haben zwölf Runden Zeit, das auszuwählen. Kann aktiviert werden. Lass die Männer härter arbeiten. Durch diese Option wird die Infrastrukturleistung unserer Region um 15 Prozent steigen. Doch wir verlieren 10 Loyalitätspunkte in jeder Region. Das wollen wir eigentlich nicht aktuell. Kaufe zusätzliche Baumaterialien und setze ausländische Ingenieure ein. Das ist natürlich aus germanischer Sicht auch irgendwie total eigenartig. Also überhaupt, natürlich ist dieses Spiel genau wie andere Grand Strategy Games in der Antike auch sehr stark auf den mediterranen Raum ausgerichtet. Ingenieure bei den Germanen einzusetzen und überhaupt so Infrastrukturen zu entwickeln. Das ist ja eigentlich eher eine Sache der Römer, der Griechen, anderer großen Kulturen und Nationen, aber weniger irgendwelcher germanischer Stämme. Also wir würden hier durch diese Optionen erhält jede Region sofort drei Infrastrukturpunkte pro Bevölkerungseinheit. Abhängig von den Zahlen deiner Regionen werden die Kosten hoch sein. Also wir müssen 250 Geld dafür ausgeben. Das ist sehr, sehr viel. Wir haben nur noch 18 plus aktuell. So viel Geld möchte ich eigentlich auch nicht aussetzen. Ich glaube, ich lasse das auslaufen. Hier haben wir die Entscheidung drin und dann können wir die hier entsprechend immer noch auswählen. Zwölf Runden lang hält das sowieso an und ich finde halt mit unserer Horde hier macht es nicht, finde ich, nicht unbedingt Sinn, das so zu tun. So, jetzt kriegen wir nur noch vier Kulturpunkte und aber auch nur noch eine Dekadenz. Also wir kriegen jetzt hier bald ein positives Verhältnis hin. Das ist sehr, sehr gut. Das freut mich. So, wir haben den Radmacher in Herkünja abgeschlossen. Das heißt also, wir können auf ein neues Gebäude gehen, bekommen jetzt hier einen neuen Infrastruktur und einen Bonus von fünf durch Sägeholz. Also wir haben jetzt hier ohne Ende Infrastrukturproduktion in Herkünja. Das ist richtig, richtig gut. Ich glaube, ja, was können wir machen? Ein Handfeld, eine Räucherei, eine Throngrube, das gibt aber Gesundheitsnachteil. So, er setzt den Steinbruch in Regionen, die nicht uneben sind, verlangt seinen Arbeitern so einiges ab und produziert Stein, der von Ziegelwerken und verschiedenen monumentalen Wundern verwendet wird. Okay, dann haben wir noch das Castrum Equitatum. Reiter trainieren und versammeln sich hier. Naja, wir haben ja überhaupt keine Reiter und wir haben ja noch keine Pferde in der Nähe, auch wenn wir jetzt, glaube ich, ein Gestüt im Bau haben irgendwo, aber das ist natürlich irgendwie auch viel zu früh. Sklavenmarkt finde ich auch nicht so toll. Ein Glücksspielring steigert die Dekadenz und gibt irgendwie Würfel- und Murmelspiel. Loyalitätsbonus immerhin von sechs. Das wäre für die Loyalität hier schon nicht schlecht und ein Besteuerungsbonus von zehn Prozent. Oder wir lassen das nochmal durchwechseln. Also ich fände ja hier rollenspielerisch eigentlich so eine Irmensul-Versammlung hier ganz praktisch in Herkünia. Warum eigentlich nicht? Da müssten wir allerdings das Ganze wieder durchwechseln lassen. Ich glaube aber, dass sich das wirklich lohnt. Und ich glaube, so kann man das hier machen. Dann können wir hier ein bisschen mehr auf Kulturproduktion gehen und hier einen der Sklaven noch hier arbeiten lassen. Dann haben wir weniger Nahrungsproduktion, aber das ist nicht schlimm. Wir haben hier 16 im Stockpile. Das ist eigentlich ganz gut und wir kriegen hier 17 Kultur. Also das ist nicht verkehrt. So, jetzt können wir hier nach dem Wechseln gucken, was wir hier bauen können. Also das Gestüt ist vorhanden, die Räucherei, das Sägewerk ist verfügbar. Produziert wiederum auch Sägeholz, aber das haben wir natürlich eigentlich auch schon in Herkünia zum Importieren. Okay, hier haben wir gar keine Optionen, sind nicht verfügbar und einen Wahrsager. Okay, Schicksal und Geld. Loyalitätsbonus 4. Wir bräuchten natürlich eigentlich Nahrung hier. Das Ding ist, ein Gestüt baue ich glaube ich in einer anderen Provinz schon. Hier ist eine Viehfarm. Hier oben baue ich das Gestüt aktuell. Hier haben wir eine Jägerhütte und hier oben im Übrigen auch ein Jagdgebiet. Hier sind Hirtenhäuser und hier ist dann eben demnächst die Viehfarm. Hier haben wir gar nichts bisher und hier ist auch eine Jägerhütte. Ja, man könnte hier noch ein Gestüt bauen. Ja, los, dann lasst uns hier ein zweites Gestüt bauen. Oder? Oder wir bauen hier eine Räucherei. Das gibt hier Bonus auf Nahrung und Gesundheit. Zieht natürlich jede Menge Geld ab, weil wir kein Vieh haben. Aber wir haben ja hier oben die Viehproduktion in sieben Runden fertig und erst in 14 Runden wäre die Räucherei hier abgeschlossen. Und dann hätten wir hier den Bonus, dass wir das Vieh direkt hier einhandeln können ohne den Geldverlust. Also macht hier tatsächlich eine Räucherei am meisten Sinn der Zeit, finde ich. Ja, das ist am meisten sinnvoll. Klar, das würde schneller gehen, aber wir würden auch Nahrung verlieren. Das geht leider so nicht, aber das macht ja nichts. Wir müssen ja eh erst auf die Viehfarm hier warten. Okay, so, hier haben wir gesagt, wir wechseln das durch. Die öffentlichen Arbeiten gehen hier voran. Gestüt ist in zwei Runden fertig und hier wurden auch die Gebäudevorschläge in Adrana neu gemischt. Genau wie hier unten, ja. Okay, dann gucken wir mal. Adrana, die haben jetzt hier sehr, sehr viel Kultur schon, eine ordentliche Nahrungsproduktion. Die Frage ist, was können wir bauen? Auch hier könnten wir eine Räucherei bauen, aber dann müssen wir ja doppelt importieren. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, Dinge doppelt zu importieren. Auch das ist mir nicht bekannt. Wir könnten noch einen Schmied bauen. Das gäbe jede Menge Infrastruktur-Boni und auch ein bisschen Geld. Also der Schmied, das wäre hier schon sehr sinnvoll. Oder einen Kultort für noch mehr Kultur. Aber ich glaube, wir gehen jetzt hier auf den Bonus von Infrastruktur, Geld und auch Metall. Da haben wir auch riesige Boni, aber wir können das durchaus fördern. Oder man nimmt einen Übungsplatz, aber dann bräuchten wir eben Flachs. Ach, das hätten wir dann eben bauen können. Ah, okay. Ich glaube, der Schmied ist hier eine gute Option. Oha, die Dekadenz, die ist schon bei 7,26. Die ist hier riesig angestiegen, aber ja, das lassen wir erstmal so stehen. plus 5 Nahrung, 7 Runden Bevölkerungswachstum. Hier ist 19 Runden, weil wir hier gar keinen eingesetzt haben. Das macht aber nichts. Dafür produzieren wir hier ohne Ende Kultur. Das ist also eigentlich auch ganz gut. So, dann haben wir hier in Lonia, das hatten wir auch alle schon durchgecheckt. Okay. So, wir haben, glaube ich, noch keine Nachricht über die, ähm, oder haben noch keine Antwort von den Rätern. Das kommt aber vielleicht erst nächste oder übernächste Runde. Das passt soweit. So, die Marko Mannen haben jetzt hier Sodezia erobert. Wir sehen es auch hier, ist im Befriedungsmodus. Ähm, wie sieht es bei Ihnen aus? Im Krieg mit dem Bohemi. So, und sie sagen zu uns, wenn man sich mehr an unsere Sünden als an unsere Tugenden erinnert, wirst du einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Horst, der Name ist für mich wirklich fantastisch, dass hier einer der möglichen Namen der Kerusker Horst ist. Ach, wie schön. Ja, wir können ja auch nicht wirklich was machen, außer halt direkt den Krieg erklären, aber das müssen wir nicht. Die Gotonen, was ist denn hier passiert? Hatte ich ja gar nicht gesehen, dass sie so weit gewachsen sind als Stammeshorde. Die sind hier mit den Lugiern irgendwie sehr gut unterwegs oder sehr nah in der Nachbarschaft und mit den Dakhiern. Okay, also das ist ja interessant, die sind sehr stark gewachsen, mit denen kommen wir vielleicht auch bald in Kontakt. Die Belgen sind jetzt auch nicht mehr so weit weg. Ja, man könnte sich hier noch Viadros vornehmen, da muss man aber wieder drei Provinzen erobern. Das hat ja einen riesen Dekadenzanstieg zufolge. Das will ich eigentlich erst machen, wenn unsere Kulturproduktion sich ein bisschen gefestigt hat, wenn ich ehrlich bin. Vorher eigentlich nicht. so und ich glaube, wir sind schon wieder bereit, eine Runde vergehen zu lassen, um hier in die nächste Runde voranzuschreiten. Bevor wir das aber machen, hört jetzt quasi dieser erste Teil der Folge auf und ich werde jetzt nochmal ein bisschen auf eine Ausgabe von Geo Epoche eingehen und zwar geht es dort nämlich um die Germanen. Ich hole das mal gerade hervor, kurz einen Moment. Upsala. Ach, so, denn so gut vorbereitet, wie ich bin, habe ich mir das natürlich nicht vorher hingelegt. Das ist also ein Geschichtsmagazin, Geo Epoche, wer das nicht kennt, eines von, ich weiß nicht, vier, fünf bekannteren Geo Epoche gibt es da, PM History zum Beispiel und noch diverse andere. Mehr Spiegel Geschichte hat ja zum Beispiel auch vom Spiegel aus so eine Auskopplung und so weiter und so fort. Ich habe mir das vor Jahren mal geholt aus Interesse heraus und finde das jetzt ganz spannend, weil wir natürlich hier mit den Keruskan einen germanischen Stamm 300 vor Christus circa spielen und ich finde das deswegen so spannend, weil, ja, einerseits ist das natürlich sehr schön, dass man auch für interessierte Geschichtslaien Zugänge zu solchen Themen findet und was mir aber aufgefallen ist, gerade bei dieser Ausgabe, die ist also, glaube, von 2009 oder so. Ich meine, es wäre 2009 oder 2008 erschienen. Kann ich das irgendwo hier lesen? Das müsste eigentlich irgendwo stehen. Ähm, bim, 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 oder hinten im Impressum oder sowas, ne? Die nächste Ausgabe erscheint am 18. Februar 2009. Das heißt, es muss irgendwie, aha, okay, was steht denn hier drin? Geo-Lese-Service. Naja, ist ja auch nicht so wichtig, auf jeden Fall, das wird also, ja, Copyright 2008, das ist sogar von 2008. Also schon, äh, elf Jahre alt inzwischen und, ähm, ich kann euch ja mal kurz, äh, hier die Themen oder den Inhalt mal kurz vorlesen, worum es da geht. Spuren der Germanen, Magie einer fernen Zeit, Zug der Kimmern und Teutonen, die Krieger aus dem Norden, Varusschlacht, Marsch ins Verderben, Interview, wo siegte Arminius, da geht es also auch um die Varusschlacht, Moorleichentod im Nebelland, Handel am Limes zwischen den Welten, Machtkämpfe, das Geheimnis der dunklen Jahre, Götterwelt, Reise nach Valhall, Runen, Zeichen und Rätsel, Alltag an der Nordsee, das Dorf der Pioniere, Christianisierung im Namen des Herrn, Völkerwanderung, Sturm auf die ewige Stadt, Seefahrer und Piraten auf Beutefahrt, Sachsenkriege, der letzte Germane, da geht es um Widukind im Kampf gegen Karl den Großen, Nibelungensage, ein Epos aus uralten Zeiten, Zeitläufte, ist das ein Druckfehler, Läufe soll das heißen, die Germanen, okay, Zeitläufe bestimmt, oder? Sagt man doch nicht, Läufte zu, ich gucke mal gerade kurz, Zeitläufte heißt das wirklich, okay, ich glaube, es soll so eine Art Zeitverlauf hier sein, genau, das Zeitalter der Germanen, wichtigste Daten sind da nochmal aufgeführt, ich finde das eigentlich eine ganz coole Idee, ich finde nur, einen Teil der Sachen habe ich mir da nochmal ein bisschen angelesen, und ich hatte so den Eindruck, dass die Qualität dieser Beiträge, Interviews und so weiter, dass die doch sehr stark schwankt, also da wird hier zum Beispiel die Heimat der Germanen, da wird dann auch bildlich, ich kann es euch jetzt hier nicht einfügen, aber hier wird dann auch eine Übersicht über die verschiedenen germanischen Stämme, um 50 nach Christus, um 100 vor Christus, die Kimmern- und Teutonenzüge werden verbildlicht, und dann eben die Siedlungsgebiete verschiedener Stämme, unter anderem eben auch hier, unserer Chiruska, und sowas wie die Angrivaria, Dulugubnia, Chauken, Katten, Bructura, was sind hier noch drin, Matiaka, Hermonduren, Semnonen, Langobarden, im Norden dann irgendwas wie Reudigner, Avionen, Angeln, so Namen, die einem auch wirklich so gar nichts sagen, und hier steht auch drin, dass man von den meisten mehr kaum als den Namen hat, als historische Bekanntheit sozusagen, man weiß oft nicht einmal, wo genau ihre Dörfer und Felder lagen, das auf jeden Fall, was ich so interessant fand, ist, dass man hier auch so völlig unreflektiert über die Völkerwanderung spricht, ich habe ja letztens, wer das vielleicht mitbekommen hat, bei meinem Crusader Kings 2 Let's Play, eine Reise durch das Mittelalter, haben wir quasi den Nachfolger der Langobarden, nämlich das italienische Lombardei-Königreich gespielt, und da habe ich ja auch auf die Entstehung der Lombardei, dieses Königreiches der Langobarden, in Norditalien Bezug genommen, und hier steht auch, ja, die wehrhafte kleine Gruppe Ackerbauern, also die Langobarden, wohl nur wenige 10.000 Menschen siedelt, anfangs an der Niederelbe, im Jahr 568 nach Christus ziehen die Langobarden unter König Albuin, nach Norditalien und gründen dort ihr eigenes Reich. Mit diesem letzten großen Einfall eines Germanenstammes in ehemals römisches Territorium, endet die Zeit der Völkerwanderung, es wird hier aber niemals irgendwo problematisiert, was in der neueren Forschung eigentlich inzwischen fast schon Standard ist, nämlich, dass dieser Begriff sehr problematisch ist, der Völkerwanderung, weil dort eben nicht ganze Völker, sondern nur Teile von Stämmen gewandert sind, in Form von Kriegern, die unterwegs waren mit einem Tross, und das waren in der Regel wenige 10.000 Krieger oder sogar nur einige Tausend, die dann zusätzlich mit Tross unterwegs waren, also gar nicht so riesige Völkerwanderungen, wie man sich das aus der klassischen Geschichtsschreibung vorstellt, aus der klassischen Geschichtswissenschaft, sondern man vermutet eher kleinere Grüppchen, also so Soldaten- und Kriegergrüppchen, die eben für das Weströmische Reich in der Spätantike eine ganz wichtige Funktion der Grenzsicherung erfüllt haben und deren Loyalität natürlich auch schnell wechseln konnte und die dann ja teilweise auch Rom belagert hatten zu verschiedenen Zeiträumen, die Goten zum Beispiel und so weiter und so fort. Also man muss eigentlich sehr, sehr reflektierend mit diesem Begriff der Völkerwanderung umgehen, das tut aber dieser Artikel an dieser Stelle so überhaupt nicht, soweit ich das gesehen habe. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, wenn dann sowas immer ein bisschen veraltete Forschungsstände abbildet. Und zudem gibt es direkt im Anschluss hier Marsch ins Verderben, da geht es um die Varus-Schlacht. Da ist ganz interessant, da lohnt es sich mal drauf zu gucken am Ende des Artikels, allgemein lohnt sich das immer, wer den geschrieben hat. Das steht natürlich beim Ende des Artikels immer dabei. Ich muss mal gerade gucken, wer hat denn das und wo ist die letzte Seite hier? Das sind also wirklich einige Seiten. Das ist also der Publizist Ralf-Peter Mertin, beschäftigt sich auch in seinem Buch Die Varus-Schlacht Rom und die Germanen, 464 Seiten, Fischer Verlag erschienen im Übrigen, mit den dramatischen Ereignissen des Jahres 9 nach Christus. So, Produktion, auch ganz wichtig, Geo-Epoche-Redaktion, bla bla bla, in Zusammenarbeit mit Dr. Stefan Burmeister, Museum und Park Kalkriese. In diesem Text wird nämlich diese Theorie, die auch am wahrscheinlichsten gehalten wird, dass hier eine Schlacht in Kalkriese bei Osnabrück stattgefunden hat, die im Zusammenhang mit der Varus-Schlacht steht, das ist auch, sagen wir mal, für die allermeisten Forscher inzwischen tatsächlich auch, gilt als valide, gilt als glaubwürdig, dass dort ein Ereignis im Rahmen der Varus-Schlacht stattgefunden habe. Es ist aber nicht ganz unangefochten, diese Theorie. Es gibt noch diverse andere Theorien, wo die Varus-Schlacht eventuell auch stattgefunden haben könnte. Und dann ist es eben nicht Kalkriese. Und die Tatsache, dass hier in der Produktion das Museum und Park Kalkriese irgendwie mitgewirkt hat, hinterlässt natürlich ein kleines Geschmäckle, weil die natürlich jetzt auch in dem Text quasi davon ausgehen, in ihrer Beschreibung, was dort passiert sei, dass eben in Kalkriese der Schlachtort irgendwo zu verorten sei. Und das ist dann immer nicht ganz unproblematisch, wenn man das also nur liest und sich dazu keine weitergehenden Fragen stellt, dann könnte man hier auf die Idee kommen, ja, das hat ja da oben in Kalkriese stattgefunden, Punkt. So, und das ist natürlich nicht unbestritten. Und da sollte man, ich glaube, hier wird auch eine Info in der zweiten Seite irgendwie gegeben, auf der, ja, nach der Doppeltitelseite, ist hier unten so ein Sternchen-Eintrag. Ort und genauer Verlauf der Varus-Schlacht werden von Forschern seit Jahrzehnten heftig diskutiert, da sich weder die Angaben antiker Autoren noch archäologische Funde eindeutig interpretieren lassen. Zahlreiche Theorien stehen sich gegenüber. Geo-Epoche-Autor Ralf-Peter Mertin hat alle Schriftquellen und Relikte jener Zeit ausgewertet. So schließt er Lücken in der Überlieferung durch Indizien. Ganz wichtig. Mertin identifiziert eine Senke in Kalkriese bei Osnabrück als Schlachtort, eine These, die führende Wissenschaftler ebenfalls vertreten. Ja, aber nicht alle. So, und nicht, dass ich jetzt irgendwie Kalkriese diesen Status absprechen möchte, aber inzwischen sind doch einige Argumente, die für diese These sprechen, auch mit einem kleinen Fragezeichen durch neue Funde, ja quasi hinterfragbar geworden. Und man muss bei sowas wirklich aufpassen, wer schreibt da was, in welcher Produktion, in welchem Kontext ist dieser Text entstanden. Da geben einem dann die Texte, aber auch teilweise Hinweise drauf, wie eben dieses Infofeld oder eben hier ganz am Ende des Textes, wo dann steht, Produktion von Geo-Epoche-Redakteurin Anja Herold in Zusammenarbeit mit dem Dr. Stefan Burmeister, Museum und Park Kalkriese. Dann weiß man schon, aha, die wollen natürlich irgendwie propagieren, das habe da stattgefunden. Und da muss man wirklich vorsichtig sein. Was ich aber auch gut dann wiederum finde, dass in dieser Ausgabe direkt im Anschluss ein Interview stattfindet mit einem anderen Forscher. Und zwar, muss ich mal gerade gucken, das ist der Herr Prof. Dr. Rainer Wiegels, der alte Geschichte an der Universität Osnabrück, damals zumindest noch gelehrt hat, und hat 2007 das Buch die Varus-Schlacht-Wendepunkt-der-Geschichte-Fragezeichen veröffentlicht. Und mit ihm wurde ein Interview geführt, und der sagt ganz eindeutig, dass natürlich Kalkriese als relativ wahrscheinlich gilt, dass es aber mindestens noch drei weitere Regionen gibt, die mögliche Standorte oder mögliche Orte der Varus-Schlacht gewesen sein können. Und hier werden auch recht geschickt die Fragen gestellt, sodass man auch wirklich weiß, warum kommt man jetzt auf die Idee, dass das unbedingt bei Kalkriese sein soll. Hier wird auch darauf eingegangen, auf diese Begrifflichkeit Saltus Teutoburgiensis, dass man das sehr schwer nur einordnen kann, was das wirklich gemeint haben soll. Beim antiken Autor, ich glaube, bei Tacitus war es. Wo war denn das? Genau, ist von Tacitus mit Saltus Teutoburgiensis. Und darauf wird auch eingegangen. Das finde ich auch ganz gut, weil da so ein bisschen die Offenheit der geschichtlichen Forschung wieder durchkommt. Und ich finde sehr gut, dass die Redakteure hier darauf geachtet haben, dass direkt im Anschluss an diesen Artikel, der ja doch sehr stark Kalkriese in den Fokus rückt bei Osnabrück, dass man dann im Anschluss auch kleine Fragezeichen setzt und sagt in diesem Interview, da kommt das nämlich eher so rüber, dass das doch noch eine sehr offene Geschichte ist. Es spricht vieles für Kalkriese, aber es ist letztlich auch nicht eindeutig zu beantworten. Und das wird am Ende des Interviews auch nochmal gesagt. Endgültige Gewissheit werden wir vielleicht nie haben, wo das wirklich stattgefunden hat. So, das wollte ich euch nochmal kurz erklären anhand dieser beiden Artikel. Auf die anderen will ich jetzt gar nicht genauer eingehen. Also, wenn ihr sowas lest, Geo-Epoche ist da eigentlich auch nicht schlecht, zu meiner Erfahrung nach, aber seid vorsichtig, wenn es darum geht, dass dort irgendwas behauptet wird und irgendwelche Forschung dargestellt wird. Es kommt immer darauf an, ist die aktuell, ist die überholt. Und da schwankt die Qualität der Artikel, das habe ich hier in dieser Ausgabe wirklich nochmal sehr gut sehen können, schwankt wirklich sehr stark. Und um mal auf das Spiel zurückzukommen, hier haben wir natürlich auch nur ganz wenige Stämme, die hier um 310 vor Christus dargestellt werden. Das müssten natürlich noch viel mehr kleinere Stämme sein. Aber das Spiel will uns natürlich irgendwie auch ermöglichen, in einer Liga, vielleicht nicht unbedingt mit Rom, aber mit anderen weiterentwickelten Nationen, Stämmen, Kulturen zu spielen. Und deswegen können wir hier uns auch ausbreiten. Aber was ich in dem Spiel, wie gesagt, so schön finde, das habe ich schon mehrfach erwähnt, dass wir auch eben hier durch dieses Dekadenz- und Kultursystem etwas eingeschränkt sind in der Weiterentwicklung und nicht beliebig viele Provinzen erobern können, ohne dass das zu extremen Aufstandsproblematiken beispielsweise bei germanischen und keltischen Stämmen führt. Das finde ich sehr schön. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt. Wir haben ja erste Runde 14 hier. Das wird noch sehr, sehr spannende Verläufe nehmen. Da bin ich mir sehr sicher. Also, liebe Leute, das war es erst mal von mir mit dieser kleinen weiteren historischen Einordnung hier anhand des Geo-Epoche-Magazins. Vielleicht hat euch das sehr interessiert. Die Folge wird auch jetzt schon ein bisschen lang, aber das muss dann halt ausnahmsweise mal so sein. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Tastenhauer sagt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Musik